Yo moin, im heutigen Video habe ich wieder die Spray Challenge in Valorant gemacht. Falls euch das Video gefällt, gerne einen Abo und Like da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß im Video. Hello guys, make sure you are abonniere to the channel Hami and activate the Glocke. Thank you, thank you. That's a shock then. Das sind eigentlich gute Smokes, oder? Ja. Er steht da einfach im Elbow, dieser Cheeseburger. Oh, der Chamber weiß gar nicht, dass er jetzt stirbt. 3, 2, 1. Thank you. Nice, guys. Oh, what the fuck. Ich mache ihn so, du mache ihn so, Autounfall. Ich flashe die Heaven. Beide da, noch einer. Und die Jet war unten. Oben. Screens. Screens sagt er. Du hast das. Nee. Hehehe. 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 Ich hasse dich, ich hab dich so hype-mütet. Oh, nice. Im Laufen. Das sollte eigentlich diese One-Wall werden, die Rax immer wirft. Ich weiß gar nicht, wen das funktioniert. Fucky. Äh, I have an absolutely beautiful idea. You guys, okay guys, listen. You fake B. I TP in spawn. I catch the A-Rotation. You guys go back to A. Where are you? Go A, go A, go A. I'm waiting because of Ult. Einer kommt mit. Was hat ihr gedroppt? Ouh, 80 von mir. Hehehe. Nice. Hehehe. Hehehe. Oh, der ist ja oben im Winkel. Ach, chill. ich habe immer noch mal wieder oh we will not use this let's play oh that's good ich bin omen rechtsklick ja richtig weil ich habe auch zwei messe abbekommen auf die range rechtsklick plus mich minus 100 Wow, wow, no one saw it. Okay. Fate has no money. You play without Kevlar? Nice. Schön, 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 schön. Jacques, Sivon, schöne Runde für dir. Ich hab dir einen Phantom, den Rito, buddy. Ich auch. Stinger. Jungen, der steht CT safe, jungen. Wartet auf mich zu retaken oder was? Was ist das? Haha. Where is this one hiding? On my wire. On my wire. Phantom. Hey, Junge, nee. Boah, ein Sheriff headshot so ein? Hey, komm. Ich schwöre, ich bin der Nackt aus. Wenn du das weiter machen willst, mach's doch alleine. Ich will einfach Ranks spielen. Ich will wenigstens im Rink gelöscht werden. Boah, was macht der? Die löschen uns aber schon ganz gut, ne? Okay, dann brauche ich jetzt 100% Energie für dich, für die Runde. Oh, ich wollte ihn auch messern. Stark, Sivon. Schöne Ult. Mach mal die Neon tilten. Vandal, 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 vandal. Sivon, Sivon, Sivon. Wound. 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 schön 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 eine noch steve dann machen wir noch einen Zwift hier und dann gehen wir rein in den Rang Operator guck mal an ja Ja bei Operator bin ich doch am Start und die kann das Game jetzt schon nicht ab. Der will bestimmt einfach Smurfug spielen bestimmt. Marschall. Oh ja Flank kommt einer. Und gelöscht. Ich kann nicht flashen. Brauchst du? Kommt. Warte, warte, warte. Ja warte. Boah, das wäre schön gewesen. Okay, the last round we play Bucky. Oh mein Gott, Sivo sag mal was dazu. Siehst du mal, ich bin eine kranker Ress. Aber keiner weiß es einfach. Keiner vertraut mir. Oh ja, Sivo spiel mal Smokes. Spiel mal Smokes. Spiel mal Kontrolle. Spiel mal bisschen Kontrolle. Ich zeig dir gleich immer ein paar Replays aus dem letzten Game. Nicht töten, nicht töten. Ich hab den. Starks, Sivo. Nice, drei Stück mit der Ress Bucky. Alle sagen immer, spiel du, spiel du Liste. Und dann muss ich den Smoker spielen. Der nächste Spray, guys. Stinger, ult on B. Da, warte. Vorher noch. Wo bin ich denn da? In der Corner. Boah, Sivo. 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 Hä? Ich hab den wieder in 1 AP geschossen. All Ghosts. Look Phoenix, this is actually good. Wait for me Phoenix, I have 1 HP. Let me go first, you refrag me. Nice, this is how we play this game. Mach mal Mates den Unrated ein bisschen nerven. Rommelwirbel. Ares. Ja, weil du vier Kilometer vor uns allen bist. Das ist ein Punkt, ne? Ich mach ihn, Baby. Entschuldig. Entschuldig. Entschuldig, sehr tschuldig, dass ich da noch einen Dismiss hab und nur 145 bekomme von der Jet. Ich mach es zweimal. Du kannst Wandal spielen und du kannst... Bulldog. Ich denke, Bulldog ist eine gute Wahl. Ey, die Arme, Mann. Die Arme. Bei der Main. Budius A ist komm. Budius A ist komm. Sivo, hol es hier. Das war's. Dafür hab ich nicht gestochen für dich. Good job, Guys. Danke, Guys, für die Challenge zu joinen. Have a nice day. Und wichtig, auch bei Sivo auf YouTube vorbeischauen. Auch mal Eigenwerbung machen. Überzeug sie von dir, Sivo. Komm. Danke, danke, danke. Aktiviert den Abonnieren-Button und die Glocke. Bei Sivo auf YouTube. Egal. Lass sie mir drin, hoffentlich. Nein, bitte. Und wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn nicht dann nicht. Danke, danke.